Ja, ich bin die Shiva. Das ist mein Spitzname. Und ich musste ja seit 2009. Die meisten Spaß macht mir eigentlich wirklich das Kostüm binälen, dass man so unglaublich schöne Sachen wie das hier tragen kann. Und eben auch dann viel Zeit mit Freunden verbringen kann. Ich glaube, da habe ich so viele Leute kennengelernt in ganz Deutschland und das ist einfach unglaublich voll. ...Frieden! Das war so schön. Während des Dogma Zeitalters für die Königin...